Ja, nice. Der Ton ist auch gut, oder was? Ich weiß, wir kommen nicht hier. Naja, er ist kein im Internet wegen. Hi. Erst mal gucken, wenn die Lektion nicht zu krass ist oder so, kann ich sonst einen Stream auf dem Handy anmachen. Aber ich wollte es erst mal mit der GoPro versuchen. Und mit der GoPro habe ich immer noch ein besseres Bild. Ja, auf jeden Fall bin ich hier gerade eben erst angekommen. Von der Straße, wo ich penne, sieht aus wie Pattaya. Original wie Pattaya. Also finde ich sowas alles. Das war komisch mit der GoPro. Aber ich bin in Ordnung immer noch voll zu. Von der Erkältung. Ich höre mich selber fast gar nicht. Ich bin ja irgendwie am Riverside. Das Internet ist schon weird. Ist auf jeden Fall nice. Ja, okay. Ja, wenn ich sagen kann, das wird wahrscheinlich mit dem Handy genauso sein. Mal testen oder so. Ich bin ja auch mit den kostenlosen SIM-Karten am Stream. Aber da habe ich genauso gutes Internet wie mit den SIM-Karten, die ich mir hier kaufen könnte. Die greifen auf... Ich habe ja von Guido diese SIM-Karten bekommen. Ich handelte mit dem Internet für einen Tag. Und die greifen hier aufs Netz zu. Und wenn ich jetzt hier eine Karte gekauft hätte, wäre es genauso gewesen. Wenn ich mir eine Karte gekauft hätte, würde ich maximal 6 GB verbrauchen können. Das ist voll wenig. Ja, ich kann nichts daran erinnern. Ich will jetzt mal so ... Ich will jetzt mal irgendwie besser bei anderen Orten oder so. Oder wenn es zu krass ist, muss ich gleich mit Dinger versuchen. Mit Handy. Handy Ich hab mir Essen bestellt Ich hab mir einen Teil bestellt Ich kann es nur einen Handy versuchen Das war jetzt hier gesucht Die ähm Die äh Die Frau in der Rezeption meinte zu mir So auf mein Handy aufpassen Ich soll es nicht einfach so in die Hand nehmen Die meinte Die Leute hier Ja, kann ich nichts machen Na guck mal, liegt leider im Internet Ähm Die hat zu mir gesagt Ich soll die gut in der Hand halten Die klauen das hier sonst Ich soll die GoPro fest in der Hand halten Ich meine, die fahren im Roller vorbei Und ziehen die das Handy ab Bidu, jetzt siehst du mich Siehst du mich? Bidu, jetzt siehst du mich nur bei der Leibung Bidu, jetzt siehst du mich nur bei der Leibung